Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ja, hier waren wir stehen geblieben im Feldlager von König Henselt und König Henselt ist das Stichwort, weil mit dem wollen wir jetzt reden. Und da waren wir nämlich beim letzten Mal vor seinem prunkvollen Zelt stehen geblieben und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit der Story. Hallo, ihr lustigen Leute. Fast alle sind hinter dir her und du bist immer noch am Leben. Du kannst ihn mal sehen. Unter anderem dank dir, Gesandter. Seinerzeit habe ich dir geholfen und ich hoffe, das muss ich nicht bereuen. Ach Quatsch. Das hoffe ich auch. Ich möchte nicht undankbar sein. Suchst du eine Beschäftigung? Ich wusste nicht, dass Hexer sich auch für Schlachten verdingen. Deswegen bin ich nicht hier. Nein? Nein. Kann ich dir dann irgendwie behilflich sein? Äh... Erstmal, erstmal Fragen hier. Ich würde gern wissen, was der Gesandte des Kaisers hier zu suchen hat. Der letzte unglückselige Konflikt hatte ungünstigen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation der Länder des Nordens. Seine kaiserliche Majestät wünscht eine Stabilisierung. Wir wollen finanzielle Unterstützung gewähren. Also besuche ich die vom Krieg betroffenen Länder. Wie ich sehe, kommt Hänselt hervorragend zurecht. Die Einzelheiten meiner Mission sind Sache des Kaisers und des Königs von Cadwyn. Hm. Ja, komm, wir versuchen es mal. Vielleicht ist ja nicht alles so geheim, was für mich wesentlich sein könnte. Das funktioniert sogar. Ich dachte, die Gerüchte über die Rückkehr des weißen Wolfs haben den Kaiser sehr ergriffen. Er hat mir persönlich aufgetragen, die Angelegenheit zu untersuchen und Bericht zu erstatten. Mhm. Was interessiert ihn meine Person? Das hat er nicht gesagt. Seine kaiserliche Majestät ist keine Rechenschaft schuldig. Naja, so ist das. Aber wir wissen ja, ja, Volltest... Volltest war ein guter König. Schade, dass er so enden musste. Ich habe dem Konstabler Nathalys bereits das kaiserliche Beileid übermittelt. Da wir schon von Volltest und Temerien reden, es gibt da Gerüchte über das geheimnisvolle Verschwinden seiner Ratgeberin, der Zauberin Triss Merigold. Weißt du etwas davon? Warum willst du das wissen? Hm, ich wollte gerade sagen... Angeblich verbindet euch etwas. Ja, ich wollte gerade sagen, Zauberinnen verschwinden schon mal. Zauberinnen haben ein Talent dafür, sich in Luft aufzulösen. Warum sollte das jemanden beunruhigen? Tja nun, vielleicht überlegen jene Leute, ob Hexer im Kerker nicht über ähnliche Fähigkeiten verfügen. Du weichst aus. Demnach sind die Antworten unbequem für dich. Hm. Ach, von mir aus. Ich würde nicht nachbohren. Ich möchte dich nur noch eins fragen, wenn ich darf. Nein. Achso, natürlich. Ich habe Triss erwähnt, weil mich etwas umtreibt. Die Zauberinnen sind für ihren gegenseitigen Hass und ihre Rivalität berüchtigt. Was meinst du? Gibt es etwas, was sie einen könnte? Vielleicht ein wenig deutlicher, Gesandter. Also frage ich konkret. Was weißt du über die Zugehörigkeit Merigolds zu einer politischen Organisation der Zauberinnen? Natürlich theoretisch vorausgesetzt, dass ihr euch nahe steht oder gestanden habt. Äh. Äh. Keine Ahnung. Wissen wir das überhaupt? Ich sag mal einfach hier. Ich bin Hexer. Mit Theorie habe ich wenig am Hut. Ich töte Ungeheuer. Das ist eine praktische Tätigkeit. Zweifellos. Nun, manchmal sagt Schweigen ja mehr als alle Worte. Ich danke dir also für die Antwort, die du mir nicht gegeben hast, Hexer. Hast du noch Fragen? Hm. Was interessiert dich so an einer Organisation der Zauberinnen? Mich machen verschiedene Zufälle nachdenklich. Mir wurde hinterbracht, dass zur Zeit der Anschläge einige Zauberinnen in der Gegend waren. Was ist denn daran verdächtig? Magier sind immer in der Nähe von Monarchen und von Geld und Macht. Deshalb beschuldige ich ja auch niemanden, sondern sage nur, dass es nicht nachdenklich stimmt. Hm. Und was hier? Ich habe dich bei Volltest gesehen. Nun bist du bei Hänselt. Gewiss besuchst du später noch den König von Redanien. So weit werde ich nicht reisen müssen. Radovid ist auf dem Weg nach Lok Muin. Ich treffe ihn dort. Lok Muin? Das ist eine antike Elfenstadt an der Quelle des Ponta. Warum gerade da? Die Magier wollen dort ihren Rat neu einberufen. Sie haben Einladungen an alle Monarchen geschickt. Das klingt doch irgendwie total nach Falle, oder? Naja. So. Der geht jetzt mal schön weiter. Können wir an der Stelle mal kurz speichern. Und wir wollen natürlich zum König. Hallo. Dank mal. Dankeschön. Guten Tag. Oh, der Junge hat was abgekriegt. Kann man hier erstmal umgucken. Was hat denn der so in seinen Schränken? Hübsche Stiefel und Hose. Hübsche. Noch mehr Stiefel und Hosen. Jedenfalls können wir die verkaufen. Das geht auch voll klar. Was ist hier drin? Ohrens. Primitives Silberhalsband. Nehmen wir auch mit. Warum nicht? Und was ist in deiner Truhe drin? Noch ein paar Ohrens. Danke für die Bezahlung. So. Oh. Warte mal. Da hör mal an den Schreibtischrand. Dankeschön. So. Herr Reinhexer. Hallo. Das Gespräch ist in offizieller Natur. Mach's dir gemütlich. Im Nebel hast du mir geholfen, woraus ich entnehme, dass du meinen Tod nicht wünschst. Was wünschst du dann, Geralt von Riva? Äh. Ja, aber den Namen reinwaschen, ne? Ich wünsche meinen Frieden, Majestät. Ich möchte mit den Anschuldigungen aufräumen. Sonst mische ich mich nicht in die Politik ein, aber diesmal hatte ich keine Wahl. Hm. Sag es mir klipp und klar. Erzähl mir nichts von Kodex oder Berufsgeheimnis. Hast du Volltest getötet? Nein. Weißt du, wer es getan hat? Ja. Ein Hexer namens Leto. Kennt ihr euch? Das weiß ich leider nicht. Ja, komm. Wollen wir mal ehrlich zu ihm sagen? Ja, komm. Ich weiß es nicht. Ich leide an Amnesie. Leto ließ durchblicken, dass er etwas über mich weiß. Möglich, dass wir uns von früher kennen. Es gibt ein altes ketvenisches Sprichwort. Eine Hure kratzt der anderen kein Auge aus. Auf Zauberinnen trifft es jedenfalls zu. Zur Sache, Majestät. Die Tankerville behauptet, dass Leto sich in dieser Gegend herumtreibt. Stimmt das? Ja. Was will er? Hat er es auf mich abgesehen? Bestimmt. Er verbirgt sich vor Jorvet und in Scoia-Tel. Was er vorhat, weiß ich nicht. Willst du ihn schnappen? Ja. Letzte Frage. Weißt du, wer die Morde an Volltest und Demavent veranlasst hat? Nein. Das ist eine gute Frage. Aber ich werde es erfahren, wenn ich Leto habe. Was du sagst, deckt sich mit den Berichten meiner Spione. Ich glaube dir. Nun etwas anderes. Der Nebel, die Geister und dieser ganze magische Bockmist blockieren meinen Kriegszug. Die Zauberer haben wieder mal bewiesen, wie nutzlos sie sind. Stammeln was von höherer Magie, verzögerten Flüchen und anderem Pipifax. Das wird alles zu nichts. So was muss man mit dem Schwert erledigen. Einem Hexerschwert. Fühlst du dich der Aufgabe gewachsen? Ja, wenn die Bezahlung stimmt. Ich kümmere mich darum. Ausgezeichnet. Wehrt den Fluch los. Das klingt doch schon mal ganz gut. Und ich helfe dir die Beschuldigung loszuwerden, auch wenn du Leto nicht kriegst. Detmold steht dir mit allen Informationen zur Verfügung. Und du kannst dich im Lager und drumrum frei bewegen. Dankeschön. So, jetzt lass mich allein. Aber eine Frage habe ich noch. Als wir uns durch den Nebel kämpften, sprach ihr von Glevisiks Fluch. Sabrina Glevisik, Zauberin. Und einst eine meiner Beraterinnen. Ich ließ sie an ein Wagenrad schlagen und verbrennen. Im Angesicht des Todes hat sie mich und mein Geschlecht verflucht. Vor drei Jahren war das. Hm. Das wäre interessant zu wissen, der genaue Wortlaut. Erinnert ihr euch an den genauen Wortlaut von Sabrinas Fluch, Majestät? Was sie damals prophezeit hat, ist alles eingetreten. Ein mit blutigem Schweif geschmückter Stern wird den Horizont durchschneiden. Quadratische Münzen aus dunklen Meerestiefen werden die Herzen von Narren betören. Hm. Münzen? Detmold fand einige bei Soldaten, die des Verrats verdächtigt wurden. Hm. Ja, das fragen wir noch nicht. Der Fluch wurde also vor drei Jahren ausgesprochen. Ist seitdem etwas geschehen, was zeigt, dass der Fluch bereits wirkt? Was spielt das für eine Rolle? Majestät, diese Verwünschung ist keine Kistenware vom Hexenbazar, auch nicht das Werk eines Anfängers. Sie hat eine Sonnenfinsternis und dutzende Geister beschworen. Wir haben es mit einem komplizierten, mehrstufigen Fluch zu tun. Um ihn auszusprechen, bedarf es gehörigen Könnens und Wissens. Ihn aufzuheben, ist noch schwieriger. Wenn ich mich der Sache annehmen soll, erwarte ich einiges Entgegenkommen von euch. Zum Henker. Also gut, sei's drum. Hm. Ja gut, äh, dann fragen wir erstmal doch das hier. Warum habt ihr Sabrina hingerichtet? Ein Jahr nach dem zintrischen Friedensschluss kämpfte ich mit Demavent um Oberedirn. General van der Grift befehligte einen Teil meiner Streitkräfte. Er setzte über den Ponta und empfing den Feind hier auf diesem Feld. Die Schlacht dauerte bis in die Abendstunden. Schließlich beschloss Sabrina einzugreifen. Sie ließ Feuerbälle auf das Schlachtfeld niederprasseln. Von über 3000 Menschen blieben nur verkohlte Reste. Es traf Kettweener wie Edirner. Die Ritter kochten in ihren Rüstungen. Es gab unglaubliches Geschrei. Krieg ist etwas für ehrenhafte Menschen. Haben Kreaturen wie Glevisig die Hände im Spiel, wird der Krieg zur Hölle. Hm. Naja. Kann man so oder so sehen. Und das ist eine gute Frage. Was hat Sabrina zu einem Angriff auf das eigene Heer bewogen? Das weiß ich nicht. Sie war Mitglied im Rat der Zauberer und stand mir beratend zur Seite. Jahrelang habe ich ihr Treiben geduldet. Die Intrigen und all die Hofskandale. War sie loyal? Nur sich selbst gegenüber. Hm. Naja. Das ist ja schon mal was. Na gut. Dann haben wir jetzt schon mal ein paar Informationen. Adieu. Und... Wir haben ein Level Up. Wuhu. Tausend Erfahrungen. Nice. Na gut. Oh. Hexer, ich möchte dich kurz her bitten. Ah ja. Der Detmold. Der Lurch. Gucken wir an. Da gehen wir auch gleich rein. Vorher nochmal kurz gespeichert. Und ich würde sogar sagen... Zeit für einen Stufeaufstieg. Wir haben drei Talente erworben. Wow. Haben wir viel Level gemacht. Ähm. Ich würde sagen wir können erstmal ein bisschen leveln. Cool. Ähm. Natürlich erstmal gucken. Im Schwiespa Schwertkampf. Was gibt's da Schönes? Was haben wir hier? Kampfsinn. Schaltet finale Hiebe gegen mehrere Gegner frei. Aha. Ermöglicht... Der Erzeugung von Adrenalin durch Schwertiebe. Das klingt sehr interessant. Und was ist das letzte hier? Schwertiebe 30%. Alle Resistenzen plus 20%. Chance auf kritische... Oh. Nehmen wir beides mit würde ich sagen. Yo. Geil. Und auf jeden Fall das letzte hier auch mitnehmen. So. Jetzt haben wir nämlich den gesamten Schwertbaum hier durchgeskillt. Und der geht schon ordentlich ab. Also hier 30% mehr Schaden. Durchschwert. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Wir können das sogar noch ein bisschen erhöhen. Aber wir gucken mal, dass wir vielleicht jetzt auch noch in einen anderen Baum rein skilln. Was mich nämlich noch interessieren würde wäre hier die Alchemie. Da gab's nämlich auch noch sowas hier wie plus 20 Vitalität. Wirkt auch von Tränken. Genau das hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Bomben und Fallenschaden. Ja. Ähm. Nutzen wir jetzt nicht so oft. Daher würde ich einfach sagen gehen wir hier mit der Vitalität. Oh was. Das können wir noch mal leveln. Plus 100 Vitalität. Oh. Geil. Nice. Richtig nice. Okay. Ja. Stufe 16 und ein guter Schwertkämpfer. Das ist doch schon mal was. Juhu. So. Geh levelt. Dann speichern wir noch mal so. Und ich würde sagen auf zum zum Molch hier. Deadmolch. Mond. Mold. Keine Ahnung. Wie auch immer er heißt. Schwertmeister. Was? Verhalte ich für ein Gerücht. So. Mahlzeit. Moment. Bevor wir hier mit dem reden. Erstmal. Oh. Ein Jagdhorn. Ah. Die Orans brauchst du ja sowieso nicht. Ne. Du bist der Zauber. Du. Dir geht's ja so oder so gut. Wenn du wüsstest wie sehr mich die Aussicht auf unsere Zusammenarbeit freut. Tut sie das? Du wirst sehen Geralt. Es kommen bessere Zeiten. Ich darf dich doch Geralt nennen. Ja. Wunderbar. Das ist sicher der Beginn einer langen Freundschaft. Naja. Wir werden sehen. Reicht mir die Hand Geralt. Auf gute Zusammenarbeit. Keine Sorge. Ich habe kein Stilett im Ärmel. Ja. Komm. Scheiß drauf. Für mir aus. Ich war schon immer der Ansicht, dass man einen Menschen am Händedruck erkennt. Was kannst du mir mitteilen? Du bist ein Krieger. Stark. Bestimmt. Dominant. Ein Eroberer wie ihn die Frauen vergöttern. Ich habe nach dem Fluch gefragt. Ah. Richtig. Was genau möchtest du wissen? Alles. Ja. Stimmt. Das ist wahr. Ist dir aufgefallen, dass nicht alle Geister aggressiv waren? Hm. Einige verschwanden, als wir uns näherten. Ich vermute, dass der Fluch sich der Geister der Gefallenen bemächtigt und sie in Drauguren verwandelt. Drauguren? Ist das ein Fachwort für Geister? Für Dämonen. Sie entstehen auf Schlachtfeldern, auf denen besonders blutig gewütet wurde und bestehen aus Mordlust und Hass in kondensierter Form. Wie auch immer sie heißen. Weißt du, wie man sie wieder los wird? Gegen Drauguren reicht ein Silberschwert. Aber solange der Fluch noch wirkt, entstehen ständig neue. Die Geister der Soldaten sind der Schlüssel. Wenn man nur den Schlachtverlauf beeinflussen könnte. Ran an die Arbeit. Nimm dir ein Schwert und mach dich ans Beeinflussen. Ich brauche Symbole des Krieges. Sie müssen den Gefallenen gehört haben. Symbole für Hass, Tod, Mut und Glauben. Hat der da vielleicht? Sie müssen magisch aktiv sein. Und die Verbindung mit den Gefallenen ist wichtig. Sonst kann ich die Erscheinungen nicht anlocken. Keine Ahnung, wo ich die hernehmen soll. Außerdem kenne ich mich mit Kriegssymbolik nicht aus. Das erledige ich selbst. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Na mach mal hier. Hattest du schon mit Flüchen zu tun? Ein paar habe ich selbst ausgesprochen. Ein paar Eselsohren, ein abgebranntes Haus. Kleinkramm für den Hausgebrauch. Das reicht nicht. Hast du Flüche aufgelöst oder Bannzauber aufgehoben? Er hatte noch keine Gelegenheit. Immerhin beherrsche ich die Theorie. Akademie für Magie mit Auszeichnung bestanden. Solche Flüche werden in Bannard aber nicht gelehrt. Dieser gehört zu den Blutflüchen vierten Grades. Er wird auch als Fluch der Erzmeisterin bezeichnet. Der Begriff ist irreführend. Bisher waren es eher wahnsinnige Zauberer oder Priester, die ihn aussprachen. Nicht so oft Frauen. Du musst wirklich ein Musterschüler gewesen sein. Tja, gucken wir an. Erklär mir, wie man den Blutfluch wirkt. Ein Blutfluch kann ganz banal sein. Du zapfst dir ein wenig Blut ab, am besten um Mitternacht, zündest ein paar Kerzen an. Sabrina hatte einen ganzen Scheiterhaufen. Ich frage nach ihrem Fluch. Warum schaust du nicht selbst nach? Die Fachliteratur habe ich da. Im Grunde brauchst du nur die große Enzyklopädie der Flüche, Weissagungen und Zaubersprüche von Tissaia de Vries, sowie die Abhandlung Meister der Magie und ihre Flüche, ausgewählte Werke von Margarita Loh Antille. Wow. Wollen wir uns das jetzt angucken, oder nicht? Ne, wir sind Hexer, aber wir haben keine Zeit. Ich kann meine Zeit nicht mit Lesen verschwenden. Fass bitte das Wichtigste zusammen. Soll er was schon für sein Geld? Achso, natürlich, Geralt. Damals war es ja nur wenigen vergönnt, die Kunst des Lesens und Schreibens zu erlernen. Ich bin des Lesens kundig, Magier. Aber die Zeit drängt. Kannst du nicht endlich anfangen, mir zu helfen? Für all die Phänomene, die der Blutfluch hervorruft, ist eine riesige Ballung von Zauberkraft nötig. Die Sonnenfinsternis, der Tod einer ganzen Herrscherdynastie, die gefährlichen Erscheinungen. Kein Zauberer, ach was sag ich, kein Sterblicher dürfte in der Lage sein, Energiereserven dieses Ausmaßes aufzubringen. Völlig undenkbar. Und doch fanden kluge Zauberer heraus, wie man das Unmögliche möglich macht. Die ganze Welt lebt seitdem in Angst vor euren Flüchen. Beeindruckend. Was habt ihr für eine Idee? Die Prophezeiung zu Beginn des Blutfluchs ist eigentlich eine Formel zum Bündeln von Zauberkräften. Sie sollte an einem Ort gesprochen werden, der über Kraft kumulierende Eigenschaften verfügt. Schlachtfelder sind dafür bestens geeignet. Blutgetränkte Erde, definierter Bereich, symbolische Dimension. Ist die Formel ausgesprochen, beginnt sofort die Kumulation der Zauberkraft. Und die läuft nun ungebrochen seit drei Jahren. Tag für Tag, Monat um Monat. Alle vier Elemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser dienten als Energiequellen. Diese Energiemenge könnte die Sterne am Himmel bewegen. Und der Aktivator, eines der prophezeiten Ereignisse mit eigener symbolischer Dimension. Er bewirkt die Freisetzung der kumulierten Energie, die dann für den eigentlichen Fluch verfügbar ist. Der Fluch ist meist nicht imstande, die gesamte Energie zu nutzen, sodass der Rest sich ein Ventil suchen muss. Darum gibt es Nebeneffekte wie die Sonnenfinsternis. Also zusammengefasst, dieses Schlachtfeld und die Ereignisse darum sind eigentlich der perfekte Nährboden für so einen fiesen Fluch. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich denke ja. Äh... Hm, bist du sicher, dass... Befrag mal hier einfach. Bist du sicher, dass Sabrina die Urheberin des Fluches ist? Absolut. Klingt jetzt aber eigentlich nicht so, ne? Es sind sechs nachgewiesene Fälle eines solchen Fluchs bekannt. Und nachgewiesene Fälle von Aufhebungen des Fluchs. Einer, unternommen von einer Zauberergruppe unter der Leitung der Erzmeisterin Francesca Finder-Beer. Daher der andere Name für den Fluch. Zur Gruppe gehörte auch Sabrina Glewissig. Wie klein die Welt ist. Das macht die Sache nicht besser. Es geht noch weiter. Der Fluch, den Francesca und Sabrina auflösen wollten, sollte das Geschlecht der Thysseniden auslöschen, die Herrscher von Kovir. Ausgesprochen hatte ihn der Scharlachrote Rodalega. Verrückt, aber äußerst fähig. Es gab auch damals eine Prophezeiung und einen Aktivator. Dann hat Sabrina sich den Fluch also einfach von Rodalega abgeguckt. So einfach. Sehr gut. Äh, was mich noch interessieren würde, ist auf jeden Fall hier das, äh... Wir haben einen Kometen und einen Mord. Was ist mit den Münzen? Sind auch schon da. Das reicht dir wohl nicht. Nein. Bin ich da auf ein prekäres Geheimnis gestoßen? Auf ein Staatsgeheimnis sogar. Wenn du nicht redest, gibt es bald ein Staatsoberhaupt ohne Haupt. Es geht um eine Verschwörung des Militärs. Nur das kann ich verraten. Als Erkennungszeichen dienen diese quadratischen Münzen mit der Fischschuppe. Ein Vorschlag. Ich störe dich nicht bei deinen Ermittlungen. Du berichtest mir, was du herausfindest. Und sollte ich etwas über den Fluch erfahren, gibst du mir Bescheid. Also gut. Das klingt auch nach einem Plan. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch... Ach komm, mach mal. Wieso lebt Hänselt noch? Als er den Priester erschlug, hätte er eigentlich platzen müssen wie eine Weinbäre unterm Schuhabsatz. Vielleicht wollte Glevisik ja gerade, dass Hänselt auf den sicheren Tod warten muss. Glaube ich nicht. Wie ich Zauberinnen so kenne, können sie zwar gemein sein, effektiv sind sie aber immer. Bedenke, Sabrina stieß den Fluch auf dem Scheiterhaufen aus. Kann gut sein, dass er ihr missraten ist. Du meinst, Hänselt ist gar nicht in Gefahr? Doch. Aber vielleicht kann man ihn vom Kern des Fluches, der Geisterschlacht, befreien. Die Schlacht ist das schwächste Glied des Fluches. Wie das? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kann ich den Geist Sabrinas beschwören und zwingen, Hänselt freizugeben. Zuerst muss ich ihre genauen Todesumstände erfahren. Ist ja wahnsinnig. Ähm, gehen wir erstmal an die Arbeit. Du wirst mir helfen, Detmold. Selbstverständlich. Der König hat es mir befohlen. Dann hör zu. Du erledigst den Papierkram, scheinst ihn ja zu mögen. Und ich brauche Schutzruhnen, um Sabrinas Geist zu beschwören. Sie fixieren den Geist der Zauberin und alles, was bei dieser Gelegenheit sonst noch aus dem Jenseits kriecht. Such mir was raus aus deiner Bibliothek. Aber bitte etwas Einfaches. Künstler gibt es hier nicht. Des Weiteren. Die Trauguren werden bald nach Hänselt suchen. Abseits des Schlachtfelds sind sie nicht gar so gefährlich. Gib deinen Leuten versilberte Waffen, das sollte genügen. Auch Hänselt sollte Silberwaffen bei sich haben. Über den Zelteingang kommt ein Kranz aus Fünf-Finger-Strauch und Hundspetersilie. Und es muss immer ein Feuer aus Wacholderästen brennen. Woher nehme ich das ganze Silber? Du könntest eine Sammlung von Silberpötten einschmelzen. Das sind Vasen aus Nazair. Schließlich redest du mit Hänselt. Mach ihm klar, dass ich ihn noch brauche. Und du? Machst es dir bei Wein, Weib und Gesang bequem? Genau. Natürlich. Außerdem finde ich raus, was ich brauche, um die Erscheinungen wieder ins Jenseits zu befördern. Und ich bereite die Beschwörung von Sabrinas Geist vor. Ich komme vorbei, sobald ich was weiß und gebe dir weitere Aufträge. Wie hast du rausgefunden, dass du dein Gedächtnis zurückgewinnst, wenn du den Fluch löst? Äh... Ich mag es nicht, wenn man in meinem Leben herumschnüffelt. Geheimnisse zu erfahren ist mein Beruf. Ich muss die Geheimnisse aller kennen, die ich zum König vorlasse. Und ich gestehe, ich mag meine Arbeit. Äh, glaub ich schon. Nichts aus meiner Vergangenheit hat mit Hänsel zu tun. Das weißt du doch gar nicht. Weißt du, warum ich keine Freunde habe, Hexer? Weil ich früher oder später alle Geheimnisse erfahre. Und dann folgen Verhöre, Folterungen und Hinrichtungen. Tja. Du hast die Finger von meiner Vergangenheit. Das ist, glaub ich, besser für den Jungen. So. Tja. Da haben wir den Jungen ein bisschen eingeschüchtert. Und noch einiges über den Blutfluch erfahren. Also, ne? Es wird ein hartes Stückchen Arbeit, was wir noch vor uns haben. Und wirklich viel bewegt haben wir uns nicht in der Folge. Aber wir haben einiges erfahren, was die Story angeht. Und ich würd sagen, während hier noch die ganzen Quests durchrauschen. Dann bedanke ich mich bei euch schonmal fürs Zuschauen. Und würde einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wenn's wieder heißt Witcher 2. Bis dahin. Haut's rein. Und... Ciao, ciao.